Idol in Flammen von Rin Usami. Es liest Laura Mehr. Schwüle Hitze hat mich schlecht schlafen lassen, aber vielleicht hat mich auch eine böse Vorahnung geweckt. Als ich nach meinem Handy greife, um nach der Uhrzeit zu sehen, ist in den sozialen Netzwerken bereits die Hölle los. Masaki soll einen Fan geschlagen haben, lesen meine müden Augen, und für einen Moment fühle ich mich wie im Film. An der Rückseite meiner Oberschenkel klebt Nachtschweiß. Nachdem ich im Netz die Nachrichten gecheckt habe, kann ich mich nur noch auf mein Bett kauern, von dem die dünne Sommerdecke heruntergefallen ist, und zusehen, wie sich die Posts vervielfältigen und die Flammen um sich greifen. Wobei mich nur eins interessiert. Wie geht es meinem Idol? Bist du okay? Narumis Message legt sich wie ein Balken über Masakis Augen auf dem Sperrbildschirm, wodurch sein Bild wie ein Verbrecherfoto aussieht. Bist du okay? Fragt Narumi noch einmal, als sie sich am nächsten Morgen in letzter Sekunde zu mir in die Bahn stürzt. Sie spricht offline genau wie online. Nichts ist okay, sage ich, während mir auffällt, dass Narumis mitleidiges Gesicht mit den aufgerissenen Augen und besorgt zusammengezogenen Brauen wie ein Emoji aussieht. Stimmt. Wie auch. Ja. Wie auch. Narumi, die die obersten zwei Knöpfe ihrer Schuluniformbluse geöffnet hat, lässt sich in den Sitz neben mir fallen und ich nehme den frischen Zitrusduft ihres Deos wahr. Ich entsperre meinen Handybildschirm, auf dem ich im grellen Sonnenlicht kaum etwas erkennen kann, mit 0815, Masakis Geburtsdatum, und gehe ohne nachzudenken auf eine Social-Media-App, die voll mit den geistigen Ausdünstungen unzähliger Menschen ist. Harter Shitstorm, fragt Narumi und zückt ebenfalls ihr Handy. In ihrer durchsichtigen Smartphone-Hülle stecken kleine, dunkle Fotos. Hey, Polaroids, sage ich. Mega, oder? Narumi grinst unbekümmert wie ein Line-Sticker. Sie wechselt ihre Gesichtsausdrücke wie Emojis und spricht nur in knappen Sätzen. Bei ihr wirkt das nicht falsch oder aufgesetzt. Vermutlich will sie sich selbst bloß so stark wie möglich vereinfachen. Wie viele Fotos hast du gemacht? Zehn. Wow, krass, das heißt ja... Zehntausend Yen? Wenn man den Wert bedenkt, oder? Günstig. Mega günstig. Die Underground-Boy-Band, auf die Narumi gerade steht, bietet ihren Fans den Service, nach Konzerten zusammen mit dem jeweiligen Idol bezahlte Polaroids zu machen. Auf den Fotos, die Narumi mir zeigt, hat sie ihre langen Haare zu einem hübschen Zopf geflochten. Auf manchen legt ihr Idol den Arm um sie, oder die beiden drücken ihre Wangen aneinander. Bis zum letzten Jahr war Narumi Fan einer bekannten Idol-Band, aber jetzt lautet ihr Motto, Lieber unbekannt, aber mit anfassen, als bekannt, aber ohne. Komm doch mal mit, Akari. Es macht süchtig. Dein Idol erkennt dich. Du kannst ihn backstage treffen. Und ihr könntet sogar zusammenkommen. Ich will Masaki gar nicht anfassen. Klar gehe ich auch zu Events, bei denen ich ihm die Hand schütteln darf. Aber eigentlich will ich in der Masse der Fans verschwinden. Ich will zu einem Teil des Applauses, der Jubelrufe, der anonymen Danke-Kommentare unter einem seiner Posts werden. Als ich ihn umarmt habe, hat er mir das Haar aus dem Gesicht gestrichen und erst dachte ich, es hätte sich was darin verfangen, aber dann... Narumi senkt ihre Stimme. Meinte er, ich würde gut riechen. Heftig, sage ich mit Betonung auf dem E. Ja, oder? Also für mich gibt's kein Zurück. Narumi steckt die Polaroids wieder in ihre Handyhülle. Der Sänger, von dem sie bis zum letzten Jahr geschwärmt hat, hat alles hingeschmissen, um im Ausland zu studieren. Nach der Pressemitteilung kam Narumi drei Tage lang nicht zur Schule. Verstehe ich, antworte ich. Der Schatten eines Strommasts wandert über unsere Gesichter. Narumi senkt abrupt den Kopf, als ob sie es bereut, so viel Freude zur Schau gestellt zu haben, und während sie auf die rosa Kniescheiben ihrer ausgestreckten Beine starrt, flüstert sie ernst. Jedenfalls bist du total stark, Akari, dass du heute trotzdem zur Schule gehst. Echt stark, dass du noch gehst. Hast du gerade echt stark, dass du noch gehst gesagt? Ja. Wieso? Erst hab ich echt stark, dass du noch lebst, verstanden. Narumi hustet, als hätte sie sich am Lachen verschluckt. Das natürlich auch, sagt sie. Das eigene Idol ist wirklich eine Sache von Leben und Tod, sage ich. Danke, dass du geboren wurdest. Ich sterbe, wenn ich kein Konzertticket kriege. Ich heirate ihn, wenn sich unsere Blicke treffen. Fans neigen zu Übertreibungen und Narumi und ich sind da keine Ausnahmen. Aber diesmal meine ich es ernst. Ich finde es nicht richtig, nur verheiratet zu sein, wenn es gerade gut läuft. Und so halte ich es auch mit meinem Dasein als Fan. Also tippe ich, mein Idol bleibt mein Idol. In guten wie in schlechten Zeiten. Die Bahn hält an und das Zirpen der Zikaden wird lauter. Ich drücke auf Teilen. Von neben mir bekomme ich einen Like. Ich habe vergessen, meinen Rucksack nach Masakis letztem Konzert auszuräumen. In der Schule kann ich nur den Kugelschreiber und die leeren Zettel zum Notieren meiner Eindrücke gebrauchen. Also schaue ich in klassisches Japanisch bei meiner Sitznachbarin ins Buch, leihe mir das Mathebuch aus und stehe im Schwimmunterricht am Beckenrand, weil ich natürlich auch keinen Badeanzug dabei habe. Beim Schwimmen ist mir das nie aufgefallen. Aber vom Rand aus wirkt das Wasser, das über dem gefließten Boden Wellen schlägt, irgendwie schleimig. Nicht Schmutz oder Sonnencreme, sondern etwas Abstrakteres, Fleischähnliches scheint sich darin aufzulösen. Wasser schwappt auf die Füße von uns Beobachterinnen. Die zweite ist ein Mädchen aus der Nachbarklasse. Sie trägt über ihrer Sommeruniform eine dünne weiße Kapuzenjacke mit langen Ärmeln und steht ganz nah am Rand, wo sie wie ich Schwimmbretter verteilt. Jedes Mal, wenn Wasser auf ihre nackten Füße spritzt, sticht mir das krasse Weiß ihrer Haut in die Augen. Die nassschwarzen Badeanzüge und Badehosen, die aus dem Wasser kommen, sehen auch schleimig aus. Meine Mitschüler greifen nach dem silbernen Geländer und stützen sich auf dem gelb geriffelten Beckenrand ab und erinnern mich an Seerobben, Delfine oder Killerwale, die bei einer Aquariumshow ihre schweren Körper auf die Bühne hieven. Sie nehmen sich nacheinander ein Brett von den Stapeln, die wir ihnen entgegenhalten, und während sie sich bedanken, trieft Wasser von ihren Wangen und Oberarmen und hinterlässt auf den trockenen, hellen Brettern dunkle Flecken. Mein Fleisch ist schwer. Meine Füße, die beim Auftreten Wasser hochspritzen lassen, meine sich jeden Monat häutende Gebärmutter, alles an meinem Körper fühlt sich schwer an. Gerade erklärt Kiyoko, unsere mit Abstand jüngste Lehrerin, dass man die Arme im selben Rhythmus wie die Beine bewegen und die Oberschenkel anspannen müsse. Nur mit den Füßen zu strampeln, wie es einige von euch tun, kostet viel zu viel Kraft. Wir haben auch Biologie bei Kiyoko. Sie sagt Wörter wie Eierstöcke oder Schwellkörper so emotionslos, dass es zum Glück nicht peinlich wird. Aber die Vorstellung, dass wir im Grunde dieselbe Funktion wie Tiere erfüllen, lastet trotzdem schwer auf mir. So wie Bettwäsche zerknittert, nur weil jemand darin schläft und wieder aufwacht, hinterlässt das Leben bei einem Menschen Spuren, nur weil er zufällig lebt. Man muss die Gesichtsmuskeln heben, um sich zu unterhalten, sich waschen, weil der Körper Schmutz produziert, die Nägel schneiden, weil sie wachsen. Aber ich schaffe nicht einmal dieses absolute Minimum, selbst wenn ich meine ganze Kraft dafür aufbringe. Immer schlägt mein Körper viel zu früh einen anderen Weg als mein Wille ein. Auf Empfehlung der Schulpsychologin habe ich mich einmal untersuchen lassen und zwei Diagnosen erhalten. Aber weil mir von den verschriebenen Medikamenten schlecht wurde, schwänzte ich meine Arzttermine, bis ich irgendwann gar keinen Antrieb mehr hatte, in die Klinik zu gehen. Dass diese Schwere in meinem Körper endlich einen Namen bekommen hatte, erleichterte mich anfangs. Aber ich merke auch, wie sich ein Teil von mir seitdem noch mehr darauf stützt und daran festklammert. Also, wenn ich die Klinik zu gehen habe,